Sie sind ja Geschäftsführer eines spannenden Unternehmens, das ja nicht nur Bergbauern ist, sondern auch ein Schifffahrtsunternehmen betreibt am Zellersee. Wie sehen denn Sie das Ganze, was auf Sie zukommt? Was macht die Schmittenhöhe schon für Umweltfreundlichkeit? Ihr seid ja in dem Sinn doppelt gefordert am Berg und am See. Ja, von meiner Seite her nochmal einen herzlichen schönen Nachmittag und danke für die Einladung. Sehr, sehr spannend. Die Frage, man muss dazu sagen, die Schmittenhöhebahn, die älteste Seilbahn in Land Salzburg, 1927 erbaut, hat sich seinerzeit schon mit der Elektromobilität auseinandergesetzt. Damals war der Antrieb bereits elektrisch, obwohl es eigentlich keine Stromversorgung dazu gegeben hat. Es hat ein Dieselaggregat gegeben und erst zehn Jahre später in etwa wurde dann auch ein Kabel auf den Berg gelegt. Also dieses Thema der Elektromobilität und was macht man dazu, das verfolgt uns schon sehr, sehr lange. Und in den letzten Jahren haben wir das natürlich entsprechend intensiviert und verstärkt und mehr und mehr in Szene gesetzt. Wir sind unter anderem das einzige Seilbahnunternehmen, was nach EMAS zertifiziert ist. Das ist Eco-Management and Origin, ISO 14001 Deto natürlich. Aber das fordert uns zum einen, gibt uns aber auch andererseits viele Möglichkeiten. Und wenn man halt schaut, was machen wir jetzt momentan und wo haben wir unseren Schwachpunkt? Wir haben ja sehr, sehr viel Energieverbrauch auf der elektrischen Seite. Die beschäftigt uns, sage ich jetzt einmal, direkt relativ weniger. Wir kaufen elektrische Energie ein, die aus nachhaltigen oder beziehungsweise wiederverwendbaren Quellen verwendet wird und erzeugt wird. Aber zum anderen natürlich ist es ein Thema und das ist schon sehr, sehr massiv. Das sind unsere Verbrennungsmotoren, soweit wir sie natürlich noch im Einsatz haben. Einerseits bei der Schifffahrt, andererseits natürlich bei unseren Pistengeräten. Nichtsdestotrotz, wir haben zum einen drei Hybrid-Pistengeräte im Einsatz, wo wir schon versuchen, also hier zu optimieren. Wir haben vorhin etwa 15 Jahren auch mit der Firma Käsbauer und mit der TU Wien ein Projekt gestartet, eine bio-betriebene Pistenrappe zu betreiben. Und das hat grundsätzlich, muss ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Wobei natürlich hier genauso die Versorgung, die Infrastruktur immer auch zu berücksichtigen ist und nicht so einfach war. Bei uns hätte es ganz gut geklappt, aber natürlich flächendeckend relativ weniger. Bei der Schifffahrt haben wir jetzt das Thema, welchen Treibstoff verwenden wir. Die haben wir im Prinzip normale Verbrennungsmotoren an Bord zum Antrieb. Und wir haben als ersten Schritt hier auf GTL gesetzt, GSTO-Liquid, also eine Art synthetischer Treibstoff, um also hier zumindest einmal geruchsneutral, farblos zu sein. Denn mittlerweile gibt es da Zertifikate, die was dazu verliehen werden, ist aber sicherlich nicht der letzte Weg. Und bei den Pistengeräten ist natürlich, ja, wir haben es gehört, HVO ein Mittel, dass man hier also auf dem richtigen Weg ist, weil diese ganzen anderen alternativen Antrieben, hat der Herr Professor ja berichtet, ist bei diesem Einsatz, wie wir sie brauchen, Temperaturen, Steigungsverhältnisse mit entsprechenden Leistungen nicht so ohne weiteres umzusetzen. Und natürlich die ganze Infrastruktur, die was dahinter steht. Alles klar, vielen Dank. Darf ich Sie anschauen, Herr Vollbart, und Ihnen ein gleichzeitig das Mikrofon geben. In der Vorbereitung haben wir uns ganz kurz unterhalten. Sie sehen ja vor allem auch die kaufmännischen Aspekte. Jetzt haben wir sehr viel gehört über neue Maschinen, neue Treibstoffe etc. Was ist denn dem Kaufmann wichtig, einer Bergbahn, zum Thema, wie wird er denn umweltfreundlich, wie wird er grün, wie wird er fossilfrei, wie sieht er das? Hallo zusammen, ja, ich bin der Henrik Vollbart von Oberstdorf-Klein-Walsertal. Und wenn Sie mich als Kaufmann fragen, dann sage ich natürlich grundsätzlich mal erstmal, Pistenfahrzeuge sind immer zu teuer. Sie nehmen immer, konsumieren immer viel zu viel Diesel und es muss auf jeden Fall alles günstiger werden. Das wäre jetzt die einfache Antwort. Kommen wir dann noch drauf. Breites Verständnis bei den Kollegen von Case Borer hier im Saal. Absolut. Nein, ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Wenn wir jetzt wirklich in der Perspektive des Kaufmanns bleiben, das eine natürlich, wo kommt der Umsatz her und das andere, wie gehe ich mit meinen Kosten um. Und wir haben sehr früh, unser Unternehmen wird bald 100 Jahre alt. Wir sind ja eine Zweiländerregion, wie Sie schon gesagt haben, auf der bayerischen und auf der österreichischen Seite im kleinen Walsertal. Wir sind eine Ganzjahresdestination. Im Winter unterhalten wir 35 Pistenmaschinen. Dazu kommen noch knapp 80 weitere Fahrzeuge vom Traktor, Skido, alles was es dort gibt. Und wenn ich jetzt sozusagen die Kosten mir ansehe, dann ist natürlich klar, dass sich alles um das Thema Effizienz dreht. Welche dieser Technologien wird in Zukunft bezahlbar sein? Denn es hilft mir ja nichts, wenn ich dort wirklich ausgefeilte Wasserstofftechnologien habe, die alle an Vermögen kosten und im Betrieb nicht leistbar sind. Ganz entscheidend für mich sicherlich auch später die Prozesskette. Wie bringe ich denn diese Kraftstoffe auf den Berg? Habe ich dann fünf verschiedene Fahrzeuge mit zehn verschiedenen Tankstellenarten? Man hat es ja schon gesehen bei den Wettbewerbern, die unterschiedlichen Lösungen, die im Raum sind. Wir brauchen Industriestandards, einfache Standards, die genauso gut handelbar sind, wie es jetzt der Dieselkraftstoff ist. Das ist die eine Seite mit der Medaille. Aber wenn ich auf die Umsatzseite schaue, auf meinen Vertrieb, auf meine Gäste, dann sind wir fest davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit, glaubhaftige Nachhaltigkeit in Zukunft nicht nur ein Must-Have ist, sondern eine Selbstverständlichkeit aus Sicht des Gastes sein wird. Wer das nicht liefert in den nächsten zehn Jahren, der braucht erst gar nicht mehr aufsperren. Und insofern ist es nicht eine Frage, wann wir in die Richtung gehen, sondern wie wir es jetzt wirklich als Branche untersetzen. Wir haben ja gerade gesagt, wir sind auch im Deutschen Seilbahnverband aktiv dafür ein, dass wir schnellstmöglich diese Transformation schaffen. Dafür brauchen wir die Lieferanten, dafür brauchen wir die Industrie. Welche Lösung am Ende zum Zug kommt, ist mir persönlich vollkommen wurscht egal. Sie muss der Dekarbonisierung Vortrieb leisten und sie muss bezahlbar sein. Und ich muss meinem Gast glaubhaft und transparent das vermitteln können. Ein Beispiel bei uns aus der Praxis, der Kollege von Schmidten hat es ja gerade schon gesagt. Klar, die Umstellung auf Ökostrom aus beispielsweise bei uns alpiner Wasserkraft war natürlich ein ganz wichtiger Step. Damit haben wir den Fußabdruck schon mal massiv reduzieren können. Der zweite Step, der momentan wahrscheinlich für die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr gut praktikabel ist, war bei uns die Umstellung auf HVO. Unsere 35 Maschinen haben früher so knapp 600.000 Liter Diesel verbraucht. Das waren im letzten Winter also 600.000 Liter HVO. Da waren wir dann zum Beispiel auch mal, hat der Kaufmann dann drei Augen zugedrückt, bewusst bereit, den Mehrpreis, den wir faktisch auf dem deutschen Markt haben, in Kauf zu nehmen, weil wir uns einfach einen Mehrwert in den Sachen Nachhaltigkeit und damit auch gegenüber unseren Kunden versprechen. Okay, vielen Dank. Sie wurden schon angesprochen, Herr Dr. Oberwenkler. Wie steht Käsebohrer als Erzeuger von, nicht nur von Pistengeräten, sondern geht ja bis zum Strand hinunter, so gesehen ist ja die Schmittenhöhe idealer Konto. Wie steht das Unternehmen Käsebohrer zu dem? Also das Kostenthema möchte ich hier nicht kommentieren. Das ist auch nicht das Thema, sondern was macht Käsebohrer generell technologisch in dem Bereich? Ja, was uns ganz wichtig ist, wir haben heute sehr viel über alternative Antriebstechnologien gehört. Für uns ist es aber nur ein Baustein, also für uns ist da der gesamtheitliche Blick auf Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wir stehen als Lösungsanbieter für ein nachhaltiges und effizientes Pistenmanagement und da sind für uns sehr, sehr viele unterschiedliche Bausteine, die da mit reinspielen. Einmal natürlich ist das ganze Thema Digitalisierung. Wie kann ich mit den Daten, die wir messen, die wir aufnehmen, auch das ganze Pistenmanagement noch effizienter gestalten? Natürlich ein großer anderer Punkt ist noch das ganze Ausbildungsthema von den Fahrern. Wie können sie effizienter mit unseren Geräten die Piste reparieren? Wir haben natürlich dann das ressourcenschonende Service. Wie kann ich hier natürlich die Ersatzteile und die Maschinen dann ressourcenschonend, so ressourcenschonend als möglich einsetzen? Wenn man zum Beispiel einen Kilo Stahl einspart, spart man sich gleich automatisch wieder zwei Kilogramm CO2 ein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt gehört in diesem Zusammenhang. Natürlich der Antriebsstrahlung selbst. Wie kann ich den am optimalen Punkt betreiben? Also ich kann hier natürlich das ganze System noch sehr effizient gestalten und ganz zum Schluss natürlich noch die alternativen Antriebskonzepte. Und bei den alternativen Antriebskonzepten ist bei uns ein Schlagwort, und das hat der Professor Else ja auch schon erwähnt, das ist diese Technologieoffenheit für die Zukunft. Bei uns ist da ganz wichtig die Diskussion mit den unterschiedlichen Entscheidungsträgern. Auf der einen Seite ist natürlich einmal das gesamte Thema die Gesetzgebung. Wenn man sich jetzt nur das Thema Wasserstoff ansieht und wie schwierig da ist diese oder wie das Ganze jetzt aktuell geregelt ist, oder gibt es sehr wenige Regelungen, es ist sehr schwierig da Versuche mit Wasserstoff durchzuführen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist natürlich die Lieferantenseite. Da gibt es auch wiederum unterschiedliche Aspekte bei den Lieferantenseiten. Da ist einmal natürlich die ganze Technologie, die wir von den Lieferanten benötigen. Es ist die andere Seite natürlich die Infrastruktur, die von entsprechenden Lieferanten dann bereitgestellt werden muss. Wenn man zum Beispiel Richtung Wasserstoffinfrastruktur spricht, aber natürlich auch die Verfügbarkeit von alternativen Kraftstoffen. Wir haben heute schon sehr viel von HVO gesprochen, aber es ist natürlich auch die E-Fuels sind in aller Munde, sind sehr stark in den Medien vertreten. Also das sind die ganzen Aspekte auf der Lieferantenseite. Und was für uns natürlich ganz wichtig ist, und da haben wir die letzten Tage sehr, sehr viel Gelegenheit gehabt, auch uns da intensiv mit unseren Kunden auszutauschen. Also das ist einfach diese Technologieoffenheit auf unserer Seite. Und was wir einfach auch ganz klar sehen und was ich auch unterstreichen möchte, was die Vorredner schon gesagt haben, Wir sehen einfach HVO gerade in unserem Leistungsbereich jetzt als einzige und sehr gute Alternative für einen CO2, beinahe CO2-neutralen Betrieb der Pistengeräte. Wir, wie Sie auch bei uns am Stand sind, wir sind natürlich auch Richtung Batterie elektrisch unterwegs. Wir haben hier die ersten Prototypenversuche. Und beim Wasserstoff, da sind wir in der, sage ich einmal, Beobachtungsposition, auch Richtung Brennstoffzellentechnologie, da haben wir schon Untersuchungen durchgeführt, Richtung Verbrennungskraftmotoren, da sind wir da natürlich in enger Kontakt mit den Lieferanten. Also auch wiederum sehr technologieoffen. Gestatten sind mir noch keine Frage, es gibt ja ein neues Big Baby am Stand, den 800er. Wo steht davor, ein Wasserstoffmotor steht, läuft der jetzt schon mit dem Wasserstoffmotor oder kann ich es noch nicht ganz miteinander? Die könnten miteinander. Okay. Also die Maschine ist schon so vorbereitet, dass wir diesen Motor sehr einfach integrieren können. Aber es sind die ganzen Themen, was ich vorher genannt habe, einmal die Wasserstoffinfrastruktur auch bei unseren Kunden, die müssen da auch ready sein. Die Verfügbarkeit von Wasserstoff, die Verfügbarkeit von grünen Wasserstoff, die ganze Gesetzgebung gehört dazu. Also es ist ja wirklich ein ganzes Bündel an Themen, was hier genau betrachtet werden muss. Und da sind wir jetzt dann eben genau in dieser Beobachterrolle. Wir sind eben, und unser Motto, und das ist auch das Motto, was unser Entwicklungsleiter immer wieder kommuniziert, wir sind dann mit dem Wasserstoffmotor bereit, wenn das auch unsere Kunden bereit sind dafür. Okay, vielen Dank. Herr Professor Eicherseder, wir haben heute sehr viel Brennstoffzelle, Batterie, aber damit verbunden die Energiebilanz gehört. Wird sich die noch deutlich verbessern? Ach so, Sie haben ja ein Mikrofon, Entschuldigung. Wenn ich hörbar bin, dann mache ich es gleich so. Ja, okay. Die Energiebilanz wird sich für beide Technologien verbessern. Der Vorsprung der Batterie wird bleiben. Aber, da muss man ein kleines Aber dazu sagen, wenn wir jetzt unsere Defossilisierung von der Gesamtwirtschaft sehen, dann wird die erneuerbare Energie in Europa bei weitem nicht dafür vorhanden sein. Erneuerbar. Das heißt, wir werden darauf angewiesen sein, dass wir Energie importieren und damit habe ich aber schon den Bedarf an einem Speicher. Erstens. Zweitens, die Windräder, Solarpaneele in den geeigneten Regionen haben einen Ernteeintrag, der im Fakt zwei Höhe ist. Das heißt, das relativiert das Elters. Rein von der Kette im Fahrzeug ist die Batterie die wirkungsgünstigste. Besser. Okay, vielen Dank. Liene. When we have heard HVO 100, one question came into my mind. It looks so easy. It sounds so easy. Isn't it fancy enough? Why isn't it widely used already? Why we still see more, oh, electricity is hype and hydrogen is even hyper, so to say. What is your opinion on that? Isn't it fancy enough? Yeah. I think it's fancy enough. Absolutely. There are so many myths about the different kinds of technology. Like one of them is that there is not enough of fuel, or if it's too expensive. I think rather that diesel has been too cheap, and it has been too cheap to emit. And also, it is a scalable solution, and it's the only solution available now. So, when there will be other technologies available, I would be happy to see that industries are using more and more of these technologies. But because, honestly, the problem that we have, that we have such a huge dependency on fossil resources, it's more than the current technology is able to solve. So, we need not only this one, not only electrification, not only hydrogen, but much, much more. Because, honestly, seeing the latest researches about the oil dependency of the world, you can only come halfway with the technology available commercially today. But the dependency is so much bigger than that. I mean, the problem we have, it's unbelievable. It's really hard to grasp. So, it's not a competition. It's important that this technology is adapted and is being used more and more, and all of it. Thanks, Lini.